Was war das? Werden Sie vor, Junge? Was kannst du gestern? Davon, eigentlich schließt du den Schädigern jetzt auf! Ich weiß! Ich weiß! Versuch Nummer 3! Ja, jetzt können wir das Nummer 3! Wir zeigen uns bald! Los! Popkick! Hey, aber irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Sag mal! Ja, jetzt ist es ein bisschen tiefer, weil wir so entdreht haben. Nein, nicht darum geht es, aber sobald ich nur minimal auf die andere Seite gehe, dann fliege ich raus. Bist du schwer? Video! Ich liege in einer großen Hängematte!